Scott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Ich betreibe diesen YouTube-Kanal jetzt schon über 10 Jahre. Über 120 Videos zu Themen aus meiner Sprechstunde sind in dieser Zeit entstanden. Von diesen werden bestimmte Themen besonders häufig angeklickt. Und davon, von den wichtigsten 40 Themen, handelt mein neues Buch mit dem leicht zu merken, den Titel Der Kinderarzt vom Bodensee. Wenn Sie also nicht nur gerne meine Erklärvideos anschauen, sondern auch genauso gerne ein Buch in der Hand halten und etwas nachlesen möchten, dann können Sie das mit diesem Buch tun. Sie bekommen es problemlos überall im Buchhandel und über das Internet. Viel Spaß damit, wünsche ich Ihnen. Doc's 2 3 3 4 3 5 3 4 7 8